Urdhva Namaskar Ardha Siddhasana ist die halbe Stellung des Vollkommenen mit Händen in Grußhaltung oben. Komme zu Ardha Siddhasana, eine Ferse ans Perineum, das andere Bein vorne. Gib die Handfläche, den Namaskar Mudra vor den Brustkorb und dann hebe die Arme hoch als Ehrerbietung an den Himmel, als Öffnung des Herzens, als Bewusstsein der Verbindung mit allem Lebendigen. Ja, diese ist eine wunderbare Stellung zu Anfang der Meditation. Wir werden gleich dreimal Ohm sagen. Wenn du willst, kannst du auch probieren, so lange die Arme oben zu halten. Samuel, Eduard hinter der Kamera und Sukadev wünschen dir gute Meditation und viel Freude beim Yoga. Und wir wollen jetzt zum Abschluss dreimal Ohm sagen und dir ein Segensmantra für deine Yoga- und Meditationspraxis sagen. Aum 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 Om Shanti, Shanti, Shanti-hi. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bolo Satguru Shivananda Maharajiki, Jai. Bolo Shri Vishnadevananda Maharajiki, Jai. Om Namah Shivaya. Alles Gute und viel Segen. Om Namah Shivaya.